Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Uncharted mit dem alten Mann von den Schlaftabletten, der immer noch ein wenig verwirrt ist. Ich weiß nicht, ich kann die ja nicht ändern. Ich kann die nur in die richtige Richtung schauen lassen. Sag ich jetzt mal so. Also der muss nach Süden. So, jetzt gucken wir, springen wir hier rüber. Meine Güte, ne, ne, ne. Ja, ich weiß, es ist schon spät. So, das ist jetzt der, ich kann hier nicht viel erkennen. Es ist ja auch ziemlich dunkel. Die muss nach Norden schauen. Dann nach meiner Theorie. Äh, so. So, jetzt schaut sie nach Norden, ne. Geht doch. Und das ist der Geier, der Geier. Das ist John. John will nach Osten. Ja, ich nehme an, dass das da Westen sein soll, denn zweimal Osten geht nicht. So. Ah, er macht es wieder. Ich drücke auf die Sprungtaste und er springt nicht, sondern er klettert. So, der Löwe, der muss schauen nach. Mark. Westen. Westen, Westen, Westen. Also nach da. Schaut er doch. Ne. Doch, der schaut nach Westen. Der Stier. Wo schaut der olle Stier? Der olle, die olle Ziege lugt nach Süden. Ist das richtig? Ach, dann stimmt die Theorie auch nicht. Ich krieg, ich krieg ein Horn hier. Süden. Du guckst nach Norden. Du guckst nach Süden. Wo guckst du hin? Du guckst nach Osten. Der Geier, da, John, soll nach Osten schauen. Und lukt nach Westen. Osten. Westen. Tja. Geil. Och Mann, nee. Das macht keine Laune. Kannst du denn nicht einfach rüberhüppen? Der Geier. Der Geier. Nach Osten. Ach, ich muss gedrückt halten. So. Geh doch. Und der? Denn da rüber. Total logisch. Total logisch. Ja. Blödes Rätsel. Wirklich blöd. Weil das ist nicht korrekt hier mit den Dingern hier. Naja, ist egal. Was riege ich mich auf? So. Oh. Wird ja noch dunkler. Sag mal, nee, du hast doch eine Taschenlampe. Moment, das kenne ich doch. Einmal. Die umgekehrte Flamme weist ins Land der Toten. Hier ist noch ein schönes Bild. Ist aber vergammelt. Achso. Sieht ganz gut aus. Dass das noch geht, nach so vielen Jahren. Ihr zwei bleibt hier, ich werd mich mal umsehen. Oh, nein. Du gehst da nicht alleine runter. Ja, hier wimmelt's nur so von Romans Leuten. Ja. Und einer allein ist viel leiser als drei. Ich komm schon klar. Und ihr seid hier sicher, diesen Raum kennen sie nicht mal. Okay, nimm das mit. Lass es auf Kanal 13, den benutzen sie nicht. Ah, das war Folge 13, das passt doch. Okay, geht klar. Mach das Ding wieder zu. Ja. Nate? Pass auf. Na klar. Mach ich immer. Ja, ja. Wo kam der denn her? Ah! Oh, scheiße. Okay. Land der Toten. Ich komme. Ich glätte hier erstmal lang. Mir ist das nicht geheuer, auf den Boden lang zu gehen. Der bricht nachher bloß ein. Da blinkt was. Halt, 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 halt. Meiner. Ein Inka-Gefäß. Was macht das hier? Keine Gegner. Jetzt kann ich oben lang gehen. Klasse. Warum nicht gleich? Hier ist Wasser. Hier ist irgendwo Wasser. Kletterorbier. Hier sind ein paar Schädel. Kannst einen abschädeln? Oh. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich sehe hier nix. Okay. Hier geht eine Treppe hoch. Hier. Ja, aber... Nun spring doch nicht da hin. Ich... Hallo? Ich kann gar nichts machen. Was machst du denn hier? Ist es egal, wo ich hinsteuere? Es spielte gar keine Rolle, wo ich eben hingesteuert habe. Warte. Idiot. So ein Quackelkram. Der sprang von Säule zu Säule. Da kriegt man ja die Fäule. Oh, wir kriegen hier ein bisschen Muni. Das ist gut. Können wir gut gebrauchen. Die brauche ich nicht. Okay. Wie kommen die hier rein? Ernsthaft? Wie? Durch das Tor, oder? Das haben sie ja extra zugemacht, damit sie nicht mehr raus können. Na gut. Hier können wir kurbeln. Jetzt geht das wieder los mit dem Gekurbel. Ach, da komme ich denn raus. Gut. Aber vielleicht muss ich auch erst noch Elena holen, um da rauszukommen. Will ja auch noch gucken. Gibt alles abgeguckt. Alles. Dann gehen wir hier weiter. Eine Kirche. Aha. Lass sie nicht durch! Der ist weg. Ja, endlich! Oh, Mann. Hä? Das war doch weiter hinten! Ja, das stimmt. Weil ich... Spring doch rüber! Warum? Was machst du denn nicht? Ah, diese Steuerung geht mir auf die Schnüsse. Oh, Mann. Halt doch mal still! So, ist brav. Na los! Oh, das war aber ein Kopftreffer. Jetzt hüpft er schon wieder rum. So, wir sammeln erstmal Munition. Brauche ich nicht. Da haben wir nichts mehr. Vielleicht ist hier hinten noch was. Das sah gut aus. Das war noch nicht alles. Oder? Doch. Anstatt... Hier sollst du dir Deckung suchen. Nein! Och. Echt, ey. Was sind das hier für Symbole? Oh, wie fühlt sich das an? Hüpf rüber! Hüpf einfach weiter! Gut! Ist da noch wer? Ne, da kommt einer. Was haben wir hier? Ne, das ist ein Igel. Gucken wir uns hier erst mal um. Das war der Altar. Haben wir keine ordentlichen Munitionen hier? Gut. Moment, da war doch was. Zwei Glocken in vollkommenem Einklang. Wie soll ich die denn gleichzeitig bedienen? Das geht nicht. Da brauche ich einen zweiten Mann. Wenn ich das hinkriegen soll. Soll man das machen? Oh. Super. So macht man das. Okay. Okay. Ach, dann steckst du die Waffe weg. Warte mal. Ne, das war nur Zufall. Leiter. Leitern sind gefährlich. Alles, was wir wissen müssen, steht genau hier. Ist ein Kinderspiel. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Okay. Haschloch. Oh Mann, die Typen sind überall. Schießt ins Knie. Ja, das stimmt. Und nervig sind die. Wie kommen die hier überall her? Hin, meine ich. Okay. In Ordnung. Da drüben sind sie. Ich bin doch nur allein. Nein. Zweimal den gleichen Stöhner. Das muss man erst mal können. Das gab aber ordentlich Munition jetzt hier. Sehr schön. So fühle ich mich schon etwas wohler. Aha. Ich nehme mal einen hier hin. Den nehme ich mal einen hier hin. Den nehme ich mal einen hier hin. Und dann da hoch. Ah ja. So, dann gucken. Da drüber. Oh nee, mach keinen Scheiß. Spring. Das ist vollkommen inakzeptabel. Wer quatscht da? Was erwarten Sie von mir, Roman? Deine Leute sterben wie die Fliegen. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Es ist nicht nur Drake. Verdammt. Das ist doch Elena. Diese Insel ist verflucht. Genug. Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Aha. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil. Ihr Anteil, Eddie. Hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie. Wir sind fertig, Mr. Roger. Was war das? Warum haben Sie noch mal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Genau. Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut. Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein dürfte. Ich sage Ihnen doch. Eldorado ist mehr wert, als Sie sich jemals vorstellen können. Aha. Das will ich hoffen. Warum ziehst du dich immer um, Nid? Das war über uns. Ich gucke noch mal in jede Ecke. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Von hier nehme ich mal an. Und jetzt? Mach mich nicht schwach, Junge. Was ist das hier? Wer wurde hier denn begraben? Kann ich ja nicht kaputt kloppen. Hat bis jetzt ja auch nichts gebracht, da war es zu zerkloppen. Hier ist kein Strom, hier ist kein Licht. Ah ja, hier geht es weiter. Nehme ich mal an. Aha. Das Übliche. Wir sind draußen. Achso. Ach, scheiße. Bin ich jetzt drauf? Bin drin. Er blieb natürlich vorne an der Stelle hängen. Warum auch nicht, ne? Jetzt. Das ist eine Kameraführung. Da kannst du dir die Hände und Füße dran wärmen. Mann, nee. Gehen wir jetzt mal hier hin. Okay. Ach, nee. Schade, dass man hier keine Sprint-Taste hat. Schade, schade. So, hier war gar nichts. Gemein. Bin enttäuscht. Ich beende hier mit dieses Let's Play. Weil ich nichts gefunden hab. Bin dir hier was? Nein. Kommen wir hier weiter? Nein. Hier sind wir rausgekommen. Mir juckt mein scheiß Auge. Ach, da ist so eine Liane. Die ist aber sehr hoch. Da komm ich so nicht hin. Ich kann hier rauf klettern. Dann kann ich hier rauf klettern. Dann kann ich da ran hüpfen. Dann kann ich hier lang klettern. Dann kann ich da lang klettern. Dann kann ich so rum klettern. Und dann hüpfe ich runter. Und mir juckt das Auge. Wie verrückt. Aha. So ist besser. Nochmal. Hoch, 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 hoch. Und rum. Und spring. Hä? Wo hüpfst du denn hin? Ach, Mann. Da hinten ran. Ach, das ist so unpräzise. Das bin ich nicht gewohnt. Geiler Scheiß. Nochmal. Komm, hüpf hoch hier. Hüpf hoch, hüpf hoch. Und rum. Und hüpf rüber. Und, und, und. Kann man noch weiter runter? Ja. Jetzt geht's. Oh, noch so eine Liane. Meine Fresse. Ah, da müssten wir so hinkommen. Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt geheult. Ah, da ist ein Fenster. Hm, und jetzt? Okay. Er ist da drüben. Oh, toll. Doch, weg hier. Oh, 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 oh. Ja, macht alles mal kaputt hier. Kann ich mich denn hier nicht mal... Oh, wie fühlt sich das an? Oh, Mann. Nein! Jetzt geht das Gehüpfe wieder los. Ach. Ich... Ich... Bewege den Knöppel gar nicht. Er springt einfach... Och. Super. Super. Krass. Machst du gut. Du sollst doch einfach nur hier stehen bleiben. Mann. Jetzt reicht's. Ach, Mensch. Neid, hörst du mich? Ja. Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon. Ja. In Ordnung. Gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Okay. Ist nachgeladen. In der Kirche eine geheime Empore. In der Kirche. Jetzt bin ich aber hier oben. Ich will jetzt hier nicht unbedingt... Ich muss... Ja. Scheiße. Nach unten, wollte ich sagen. Nein, nun geh doch weiter hoch. So. Weiter hoch. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ach, dieses schwerfällige Gehüppe dann manchmal. Guck mal, jetzt hüpft er ja ordentlich. Ich sag ja gar nichts. In der Situation. Aber damit er... Und dann bleibt er fast in der Luft stehen. Der näht. So, hier hoch. Weiter. Weiter. Ah, wir kommen weiter nach oben. Oh, Mist. Oh, Mist. Au. Pustet ihn weg. Sind noch mehr? Nee, okay. Gucken wir in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis bald.